Das bin ich, wie ich versuche, in Duisburg 24 Stunden obdachlos zu sein. Hab ich überhaupt ein Gehirn? Für mich gab es in dieser Zeit einige Hören. Lowkey, ich bin der Mr. Beast des Pants. Aber auch absolute Abgründe. Was ist dies? Und natürlich konnte es wie immer einfach nicht glatt laufen. Ich bin mittlerweile im fickten Wald. Denn glaubt mir, es war nicht gerade ungefährlich. Ich glaube, ich werde Popo wartet. Wir haben es jetzt 16 Uhr, da sieht man es. Und ich bin jetzt 24 Stunden obdachlos. Und ich glaube, zuallererst gehe ich zum Hauptbahnhof. Und das nicht ohne Grund, denn ich habe einen Plan. Während dieses Experiments werde ich auf drei große Probleme treffen. Nahrung, Schlafplatz und Toilette. Wo zur Hölle gehen Obdachlose aufs Klo? Wir werden es rausfinden. Und ich glaube, dass ich all diese Probleme an diesem Ort lösen kann. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, der Bahnhof ist nicht schön. Er erfüllt seinen Zweck. Aber die Toiletten hier kosten einfach einen Euro. Waren das ich früher mal 50 Cent? Und deshalb schätze ich mal, dass ich Pfannflaschen sammeln werde. Und für Essen gehe ich dann zu Aldi oder so und hole mir da dann irgendwie, keine Ahnung, ein Brötchen. Aber jetzt erst mal auf die Suche. Ich habe legit diesen letzten Clip vor zwei Sekunden aufgenommen. Und da steht eine Glasflasche. Also habe ich mich auf den Weg gemacht, die auch direkt abzugeben und konnte dabei auf dem Weg noch mehr Pfann sammeln. Ich habe gerade gesehen, wie hier die Rose reingeworfen wurde. Und das Weirdeste ist legit, das Greifen in die Mülltonne. Ach du Scheiße. Okay, wir haben ein gutes Problem, schätze ich mal. Ich habe keinen Platz mehr. Wir haben jetzt zwei Dosen, eine Plastikflasche und drei Bierflaschen. Das heißt, ich werde jetzt zum Penny und mir einfach so eine... Äh, yo. Ich werde jetzt zum Penny gehen und mir so eine Tasche kaufen. Ist ein schönes Problem zu haben. Lieber das als zu wenig Pfannflaschen. Also habe ich alle meine Flaschen abgegeben. Ich bin halt jetzt for real reich. Mir ein Wasser geholt und... Und wenn ich das Geld dafür habe, werde ich zu diesem Baby zurückkommen. Baguette 59 Cent. Holy Shit. Seit wann ist das so teuer? Bro, sehe ich reich aus. Ich bin obdachlos. Ich war einkaufen. So, wir haben jetzt noch 34 Cent. Und da liegen 2 Cent auf dem Boden. 36 Cent. I guess, ich werde jetzt weiter Pfannflaschen sammeln gehen. Bis ich mir ein Baguette leisten kann. Und ich muss aufs Klo langsam. Also ging ich weiter auf die Suche, bis ich endlich genug Geld hatte. Komm zu Papa. Oh, ich putte drauf. Minus 40 Cent. Und als wäre das nicht hart genug. Ich habe eben, bevor ich in den Penny reingegangen bin, habe ich mein Wasser und meine Tüte so hinter der Ecke gepackt, wo es ein bisschen versteckt war. Weil ich mir dachte, ich habe die Rechnung vorher nicht mitgenommen. Wenn ich das nochmal payen müsste, wäre richtig Arsch. Ich komme raus. Weg. Tot. Ja, ich glaube, ich kaufe jetzt kurz nochmal ein Wasser. Und dann, naja, mal gucken. Und die Probleme hören nicht auf. Wisst ihr noch, weil ich es euch gerade eben über das Wasser erzählt habe? Als ich gerade das Wasser im Penny aus dem Regal genommen habe, ist mir eingefallen, ich habe ja gar keinen Kassenzettel für das Baguette. Und ich hatte noch so ein Laugenbrötchen dabei, weil es so lecker ist. Also, lustig, lustig. Aber ich hatte ja gar nicht genug Geld dabei, um das quasi nochmal zu bezahlen. Ich musste also das Wasser da lassen und das Laugenbrötchen da lassen und habe mein Baguette ein zweites Mal bezahlt. Habe ich überhaupt ein Gehirn? Ich habe auf dem Weg hier noch eine Dose gefunden. Ich muss langsam richtig aufs Klo und ich will mir auf jeden Fall wenigstens noch ein neues Wasser holen. Und da es jetzt auch langsam später wird, muss ich wohl auch langsam nach einem Ort zum Schlafen suchen. Diesmal mache ich aber nicht denselben Fehler. Diesmal esse ich das Brot zuerst. Immer wenn es halt Brot. Trockenes Brot. Und als ich dann endlich fertig mit Essen war und meine Pfandflaschen abgegeben habe. Mein zweites verficktes Wasser. Und jetzt die große Version. Ich habe richtig Durst. Ich hatte lang nicht mehr so ein gutes Wasser. Oh mein Gott. Okay. Wir haben es bald 21 Uhr und ich muss pissen. Also habe ich mich auf die Suche nach einem Ort dafür gemacht. Ich bin mittlerweile im verfickten Wald. Ich muss pissen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwie jetzt beschönigen soll oder so. Aber ich werde jetzt pissen. Ich glaube, ich musste beim ganzen Leben noch nie so sehr wie jetzt gerade. Tausendmal besser. Holy shit. Jetzt, wo das erledigt ist, können wir zurück zu den wichtigen Dingen. No joke. Ich könnte mir vorstellen, hier heute Nacht zu pennen. So sieht hier doch irgendwie ganz nett aus. Aber ein Problem. What the fuck? Irgendwer ist hier am hausieren und ich will ihn eigentlich nicht treffen. No front. Also werden wir wohl doch noch weiter gucken, I guess. Es ist mittlerweile schon scheiße dunkel. Ich glaube, bevor ich einen Schlafplatz suche, werde ich noch so bis, keine Ahnung, 0 oder so noch ein bisschen rumgehen und halt Pfand sammeln. Weil nach 0 wird dann keiner mehr dann irgendwie da sein und Pfand liegen lassen. Aber das ist ja sehr wenig, I guess. Und so habe ich dann vielleicht für morgen genug Geld, um scheißen zu gehen. Langsam, langsam könnte schon soweit sein. Und wir haben es gerade mal, keine Ahnung, 22 Uhr oder so. Ey, no joke, ich bin crazy lucky. Zwei Flaschen und eine Dose. Holy shit. Ey, no joke, das ist crazy. Hier ist ein Red Bull und da hinten auch noch eins. Ich habe einen richtigen Lauf, aber einfach keinen Ort, um das Ganze hinzupacken. Ich glaube, man sieht gar nichts, aber das ist das Domizil des heutigen Abends. Falls ihr es nicht seht, der ist so eine... Ich bin hier von drei Seiten geschützt. Und da ist so eine Grasfläche. Es ist wirklich dunkel und echt spät. Ich bin so kaputt. Ich werde versuchen, ein bisschen zu schlafen. Ich weiß nicht, ob ich Sinn kriege, to be honest. Wenn noch irgendwas passiert, melde ich mich bei euch. Ansonsten, gute Nacht. Bis morgen. Irgendwie war ich auf der anderen Straßenseite. Hat sich ein Auto hingestellt. War aber der Motor läuft noch. Gerade ist einer ausgestiegen. Guckt einen, woher? Der guckt einen. Ich glaube, ich werde beobachtet. Ich gebe mal lieber ein Stückchen. Ich höre irgendwas pfeifen. Es ist so groß nicht. Es ist so crazy kalt. Und es ist so unendlich. Es ist so richtig kalt, Digger. Moin. Wir haben uns jetzt circa 35. Bin schon ein bisschen wach. Ja, war ziemlich kacke tatsächlich. Wir haben jetzt so, ja, bis circa 6.45 Uhr warten. Und dann machen wir uns los. Mein Wasser ist auch fast leer. Und schmeckt ziemlich scheiße. Also werden wir da auch gleich Neues holen. Das hier war es, by the way. Da hinten, wo dieses Holzding ist, habe ich ungefähr gelegen. Kann ich nicht weiterempfehlen. Also habe ich noch gewartet, meinen Pfand abgegeben und hatte letztendlich. 2.75. Crazy fair. Low key. Ich bin der Mr. Beast des Pfands. Und aus dem Wasser haben wir 2,60 Euro. Budget, Digger. Let's go. Wir haben eine unglaublich faire Ausbeute. Gleich gibt es den. Okay. Mal wieder habe ich unnormal Lust auf dieses Wasser. Oh mein Gott. Und beim Essen habe ich mich heute absolut nicht lumpen lassen. Ein Laugen-Käse-Zopf. Boah. Boah. Wow. Und noch ein Franzbrötchen. So lebt man das Leben. Auf dem Aldi-Parkplatz Franzbrötchen, Laugen-Zopf und ein Wasser. Ich habe jetzt noch genau 1,24 Euro und die werde ich dafür nutzen, um endlich aufs Klo gehen zu können. Ihr checkt nicht, wie dringend es langsam wird. Aber jetzt wird erstmal gegessen. Oh Gott. Das ist an Ehrenlosigkeit nicht zu übertreffen. Was ist das? Der Toilettenbrand ist nass. Oh Gott. Okay. Ich könnte das Ganze jetzt hier ein bisschen preppen. Und damit das trotzdem gelassen. Drei lag ich mit ihm. Also auf der Helm war das nicht aus. Okay, es wird jetzt geschehen. Ich werde meine Experience von 1 bis 10 raten. Es war grauenhaft. 0 aus 10. Keine weitere Empfehlung. Und das ist im Grunde die Obdachlosen-Experience. Ich habe den Rest der Zeit damit verbracht, mir noch ein Wasser zu holen, um mir die Stadt anzusehen. Ist Duisburg nicht wunderschön? Es ist 15.51 Uhr. Die 24 Stunden sind so gut wie vorbei. Und ich kann es gar nicht abwarten, endlich nach Hause zu gehen. Hier noch ein paar Stats für euch, was die letzten 24 Stunden abging. Und danke fürs Zuschauen. Und danke fürs Zuschauen.